Das Bürgergeld funktioniert nicht. Erst kürzlich hat wieder eine Anfrage ergeben. Mehr als die Hälfte derer, die angeblich nachhaltig vermittelt worden sind, landen ein halbes Jahr später wieder im Bürgergeld. Was für eine Überraschung! Schließlich ist das Bürgergeld ja der beste Anreiz zum Nichtstun und zum Müßiggang. Übrigens, die Quote ist bei Deutschen ca. 49% bei Ausländern deutlich höher. Wir brauchen eine fundamentale Reform des Bürgergeldsystems. Wir brauchen eine aktivierende Grundsicherung. Das ist das, was wir als AfD fordern. Inklusive Bürgerarbeit, die sicherstellt, dass man vom Arbeitsmarkt gar nicht erst abgekoppelt wird. Das ist die richtige Lösung für Deutschland.